Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der Lieber Winkel! Ich weiß gar nicht, habt ihr das letzte Folge noch mitgekriegt, dass wir hier gefüttert haben? Ich, Vollpfosten, hab irgendein Video gelöscht gehabt, was ich noch gar nicht hochgeladen hatte. Dann wollte ich das nächsten Tag hochladen. Und dann fiel mir doch direkt auf, oh Sveni, das ist aber nicht richtig, was du da machst, ne? Deswegen weiß ich das jetzt nicht. Habt ihr das noch mitgekriegt? Ich hatte Rinder gefüttert. Stimmt, doch, habt ihr mitgekriegt. Wir hatten, äh, ich hatte ja Stroh zu Ende gepresst. Genau, wir machen da eben noch eine Misch rein. Dann können wir den Mischwagen eben wegstellen und dann müssen wir mal gucken, dass wir eben die Kalkstreuer leer kriegen. Ich glaube, da machen wir mal ein paar Düngermissionen nebenher, weh? Oder? Glaubwohl, ne? Obwohl wir müssen noch Stroh nur von der Fläche haben. Dieser Schlepper müsste dann flügen oder grubbern. Eins von beiden. Na ja, müssen wir mal gucken, gucken, gucken. Unser Dreschkasten arbeitet ja gerade noch, aber hier muss jetzt erst noch eine Fuche Futter rein. Machen wir mal I. In der Zeit können wir immer Lucky Lucky machen, ne? Was da so vor sich ist. Es muss natürlich geflüchtet werden, ne? Es war sofort von Chloa. Unsere Wiese muss auch geflüchtet werden. Was ist denn für ein Bullshit? Ah, wir könnten auch noch überlegen, die Mission anzunehmen, ne? Das ist schon mal gut zu wissen. So, fahr mal raus hier. Hier, hauen wir erstmal Futter drinnen, ne? Ne, dann machen wir es später. Wir stellen die Mischwagen erstmal wieder zurück. Hängen wir ab, die Bude! Ne, schick around, du. Ich würde sagen, wir fahren eben eine Runde Kalk. Wir müssen auch mal sehen, dass wir Kohlen regenerieren, ne? Das ist das Problem an der Geschichte. Wir müssen in die Stufe, dann geht das besser. Jetzt will er ausgehen, oder was? Dann könnten wir rein theoretisch da auch kalt drüber bauen, sein. Ne, mehr! Kollege! Vorne ist Glückssache, wa? Strom muss von der Fläche. Ja, und dann Premium. Wir müssen hier ab. Halt mal an hier. Heiliger, nein, dieser Shit-Verkehr, ey. Da hätte ich immer stehen bleiben müssen. Könnte ich mich ja sieben Jahre drüber aufregen in letzter Zeit. Andauernd ist das. So, ich glaube, ich habe Turbo-Streu-Breite, ne? Ich habe keine Turbo-Streu-Breite. Ich muss da eben kurz... Mach mal raus. Ne, Teil-Breite. Wie schalte ich denn Teil-Breite? Strange Y. 21 Meter reicht, ne? Alles klar. So, dann, äh, wieder Gong rein. Dann los. Feuer, Salamander! Los geht's hier! Wir haben 21 Meter, ne? Passt so ungefähr, wa? Hier müssen wir plögen, du. Und Schick-Kram. Viel nimmt er ja nicht an Kalk, ne? 0,35. Ja, komm, wahrscheinlich, weil wir... Oh, ist guter pH-Wert hier. Ist guter pH-Wert. Einer, ne, ey. Kriege ich mal ein Streuer ja gar nicht leer. Feld 5 brauchen wir nicht fliegen. Ne? Dann kann man da auch eben fix drüber. So weit wie wir kommen. Ich würde... Ich gehe in Düngermission fahren. So 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Weil, äh, dass wir ein bisschen Taulers regenerieren, ne? Wir brauchen uns ja. Das ist halt so. Guck mal, der Kalk reicht wahrscheinlich gar nicht für die Fläche. Wem ist schon wichtig? So 2, 3, 4, 5 Taulern noch neben mir machen? Das reicht. Kann mich drehen und wenden, wie ich will. Weil ich muss nochmal zurückfahren. Das wäre echt Premium. Zumindest könnten wir auch mit dem anderen Waltra flügen, ne? Jetzt wird ja nicht leer, oder wat? Das läuft hier Premium. So, das haben wir aber mal eben abgekalkt hier. Oh, Schubrakide. Oh, oh, zu viel Schubrakide. Entschuldigung. Oh, er ist fertig. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Sammeln. Ah, ich hab ihn nicht aktiviert. Aber da fehlt uns auch noch Geld für. Halten wir eben an. Wir müssen nochmal eben kurz raus. Wir kaufen uns nämlich noch einen neuen Schlepper. Ich hab's vergessen. Tut mir leid, Leute. Machen wir eben fix zusammen. Weil ich wegen Talas wissen muss. Ja, ich hab'n großen Mod-Ordner. Müsst ihr euch nichts mehr denken. Das ist normal bei Sveni. Wer jetzt schlau ist, drückt immer auf Pause und kann genau sehen, was ich im Mod-Ordner hab, ne? Jede Menge. Shikram, wo bist du denn jetzt? Ach, der ist aktiviert. Ich kann nicht rausbrauchen. Ich vollfuss. Ne. Den würde ich gerne noch kaufen. Wenn die Bohrmittel da irgendwie für stimmen, weißt du? Dann könnten wir die zur Not zum Flügen nehmen. Ja, aber dann müssen wir richtig Dünger-Missionen fahren, ne? Wir brauchen schon irgendwie noch einen dritten Schlepper auf Dauer. Weißt du? Jetzt in der Ernte ist das ja alles nur ein Problem. Aber der soll eigentlich in den... Dieser soll eigentlich... Düngen. Mit dem anderen müssen wir hier nur Strom holen. Wenn wir jetzt Dünger-Missionen fahren, könnten wir uns dritten Schlepper leisten zur Not. Und, äh, können da auch mit Bogenbearbeitung machen, ne? Drei Schlepper sind besser wie zwei. Es fehlt doch immer einer. So, jetzt lass uns mal eben gucken. Halt mal an hier. Mach mal Gruppe raus. So, was hier im Missions-Business so los ist. Was? Wo sind denn die ganzen Missionen hin? Ne, jetzt sind die ganzen Mission weg. Feld 29. Was ist denn da? Raps. Wo ist denn Feld 29? Aber da müssen wir aber weit fahren. Ne, das lassen wir jetzt. Das sind ja... Ey, guck dir diese Riesenfliegen. Jetzt sind die ganzen Dünger-Missionen weg, ne? Ich hätte sie letztes Mal schon annehmen müssen. Ja, dann Planänderung hat keinen Zweck. Feld... Lass uns mal eben gucken. Wir müssten hier lang, ne? Ne, da lang. Da lang. Hier so lang? Hier so lang, ne? So, wann bin ich denn dran vorbeigefliegt? Feld 26. Ne. Hä? Ich bin bestimmt dran vorbeigeflogen. Hier ist das, ne? Guckt euch ja das an, was das für ein Trimmer ist. Ne, du, das... Weiß ich auch nicht. Ne. Ne, ne. Lass mal. Lass mal. Planänderung. Das mögen wir nicht. Das hat keine Wertung. Dünger-Missionen sind alle weg, ne? Schönen Dank. Guckt mal, ey, dann formen wir... Gibt's hier ne Kalkstation? Wisst ihr das? Ich weiß das nicht. Ja, sicher. Guckt mal, kann an dir hinfahren. Vier Händler Mist verkaufen. Ne, Mist formen wir nicht. Vier Händler Gülle. Ich brauch Kalk. Hg Kalk. Toll, wo ist der drunter? Ankauf? Kauft ihr da Kalk an, oder wat? Fahr doch mal hin. Ne, komm, wir setzen dich eben auf der Straße. Weiß nicht, was du da für ein Blödsinn machst. Wenn du dich streck... Ne, lass mal. Lass mal. Lass mal. Ne, komm mal nur zurück. Ne, lass mal. Oder fahr doch mal eben hin. Mal gucken, was er macht. Gehenzeit. Du bist so leer, ne? Ja. Tüfte, tüfte, tüfte. Es bewegt meine ganzen Pläne grad so ein bisschen durcheinander, weißt? Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir da und da noch eben fix was machen können. Ist nicht. So, du kannst erst mal hier kurz wohnen, bis wir mal ein System in diesem ganzen System... mit dem Chaos hier drinnen haben. Das haben wir, brauchen dich. Das Ding ist Müll, da kann ich nicht mit arbeiten. Nee, das ist nicht meine Welt, das Ding. Hier müssen wir hin. Das ist das, ne? Ja, welch mit zwei? Nehmen wir halt die Dunkkabel. Wo stehen die? Da steht jetzt Krokodiergebiss. Wo sind die Mistkabel? Wahrscheinlich am Misthaufen, weh? Würde ich mal so sagen. Nehmen wir die doch einfach. Hehehehe. Da geht's schon wieder los. Ah, muss ich? Da geht's. Da geht's. Da geht's. Oh, 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 das läuft, das läuft, das läuft. Dann fahr mir mal zu meinem Hof. Aber die ist das denn? Standard oder was? 575 Euro. Die meint es auch gut, weh? Jetzt muss ich jetzt gucken, ne? Standard. Ist das ein Hof? Ja, da müssen wir hin. Den machen wir hier weg. Machen wir da. Machen wir Hof ein, Ford. Oh. So, dich haben wir. Dich brauchen wir. Ne, in Vorwärtsgung. Aber liebe Leute, ich sage erst mal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chorus-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.